Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvideo von mir und es geht heute wieder um Schultertraining und zwar um für mich die effektivste und beste Schulterübung überhaupt und zwar Military Press oder Schulterdrücken mit der Langhandel oder auch Overhead Press genannt. Es gibt viele viele Bezeichnungen oder Namen für die Übung und ich habe es wie gesagt schon mal gesagt, ich muss es unbedingt wiederholen. Wenn ihr euch für eine Schulterübung sozusagen entscheiden müsstet, würde ich ganz klar Military Press machen. Es ist für mich eigentlich so die Grundübung für die Schulter wie Bankdrücken, Leute für die Brust ist wie Kniebeuge für die Beine ist. Ist für mich Military Press für die Schulter und ich muss ganz klar am Anfang sagen, dass ich viel zu viele Leute im Gym sehe, die immer nur Side-Heben machen und die ganze Zeit Side-Heben und irgendwelche anderen Schulterübungen, aber niemand macht wirklich effektives Military Press, Overhead Press. Also sehe ich echt selten und ja finde ich etwas komisch, weil es wie gesagt für mich eigentlich so die beste und effektivste Schulterübung ist. Leute, was ist wichtig? Ihr seht das schon hier, enorm wichtig ist wirklich, dass ihr mal einen geraden Rücken habt, also achtet hier wirklich extrem auf meine Ausführung. Der Unterarm, Leute, sollte gerade unter der Stange sein. Ihr habt das jetzt sicher gerade gesehen. Wenn nicht, spult später auf jeden Fall nochmal zurück. Der Unterarm muss gerade unter der Stange sein. Das ist ein Fehler, den sehr sehr viele machen. Wenn das nämlich nicht so ist, Leute, geht eure Kraft eigentlich wirklich an der Stange vorbei. Ja, also das sollte wirklich gerade unter der Stange sein. So habt ihr wirklich die Power unter der Stange und seid dadurch einfach viel, viel stärker. Wenn ihr runter geht, Leute, schaut, dass ihr den Kopf etwas nach hinten bewegt und wenn ihr dann das Gewicht hoch drückt, Kopf nach vorne, kurz halten, um wirklich auch, ja nicht irgendwie in ein Ungleichgewicht zu kommen. Das finde ich enorm wichtig bei der Übung. Also wenn ihr Anfänger seid, Leute, macht die Übung bitte am Anfang mit wenig Gewicht, weil da haben viele Anfänger einfach Probleme. Sie wackeln herum, sie haben das Gewicht irgendwie nicht unter Kontrolle, wenn es oben ist, beziehungsweise auch wenn, ja, wenn es unten ist. Schaut das Ganze einfach unstabil aus. Also wenn ihr Anfänger seid, bitte am Anfang weniger Gewicht nehmen und ansonsten, ja, Gewicht, wie gesagt, hoch drücken, Leute. Ich warte dann immer kurz. Wenn ihr runter geht, Kopf nach hinten und hier seht ihr jetzt wieder perfekt, Leute, dass meine Unterarme wirklich gerade unter der Stange sind und so habt ihr einfach, ja, die Kraft wirklich unter dem Gewicht und seid viel, viel stärker. Was ich noch dazu sagen muss, was noch sehr wichtig ist bei der Übung, spannt euren Arsch an, ja, damit ihr eine gute Körperspannung habt, also wirklich euren Arsch anspannen und Leute, macht kein starkes Hohlkreuz. Das ist auch ein Fehler, den viele machen bei Military Press, dass sie ein enormes Hohlkreuz machen, aber das ist Blödsinn. Lieber den Kopf zurückgeben und dann mit dem Gewicht runter. Das waren so die wichtigsten Tipps, Leute, ich wiederhole das nochmal kurz. Unterarme senkrecht unter der Stange haben, Arsch anspannen, kein Hohlkreuz machen und wenn ihr runter geht, den Kopf zurücksenken und wenn ihr rauf geht, den Kopf wieder durchstrecken. Das sind so die wichtigsten Tipps. Schaut euch dieses Video vielleicht sogar nochmal an, wenn ihr meine Ausführungen dann nochmal genau sehen wollt. Und ja, Freunde, das war ein kurzes Video über Military Press, über für mich, über die effektivste Schulterübung meiner Meinung nach. Baut ihr auf jeden Fall in euer Training ein. In meinem Trainingsplan ist sie immer dabei, auch in den Programmen Lean & Massive von Fit & Shredded ist Military Press immer, immer dabei. Und ja, Freunde, macht's gut, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr wollt von solchen kurzen Trainingsvideos, wo ich euch gewisse Übungen erkläre, gebt mir einen Daumen nach oben, dann werde ich da auf jeden Fall weiterhin was für euch produzieren. Ist eh klar. Und ja, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, Leute, ich bin immer für euch da, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. 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 Vielen Dank.